Welche Anlagen sind verloren, wenn eine Bank in den Konkurs fällt? In diesem Video erfahren Sie, welche Anlagen Sie bevorzugen sollen, damit Sie im Konkursfall möglichst gut wegkommen. Guten Tag, hier ist Enzo Caputo, Anwalt in Zürich mit SwissBankingLawyers.com. Geht eine Bank in Konkurs, sind Aktien und Obligationen im Depot nicht betroffen. Sie fallen nicht in die Konkursmasse. Der Grund, die Bank verwaltet die Anlagen nur. Sie ist nicht Schuldnerin, sie verwaltet sie nur. Für Wertschriften besteht deshalb ein Aussonderungsrecht. Die Aktien werden ausgesondert aus der Konkursmasse. Wichtig sind im Konkursfall folgende Punkte. Obligationen und Aktien können aus der Masse ausgesondert werden. Ausser, wenn Sie von der konkursierten Bank selber stammen, also wenn die konkursierte Bank selber Emittent ist, dann nicht. Ist die eigene Bank Emittentin, dann haben Sie Pech gehabt. Wenn Sie Ihre Bank ermächtigt haben, Wertpapiere aus Ihrem Depot gegen Gebühr zu verleihen, besteht im Konkursfall die Gefahr eines Totalverlustes. Verzichten Sie auf diese Verträge mit der Bank. Verzichten Sie auf diese Securities Lending Agreements. Bei der Konkurseröffnung kommt es häufig vor, dass der Banker die Securities Lending Formulare als normale Kontoeröffnungsformulare unterjubeln will. Unterschreiben Sie das nicht. Da heisst es aufpassen. Verzichten Sie auf Securities Lending. Anlagefonds und Indexaktien ETF fallen auch unter Sondervermögen. Im Konkursfall der Bank werden sie ausgesondert und gelten deshalb als sehr sicher. Ausgenommen sind Anlagefonds und ETFs, die die Wertpapiere oder Edelmetalle gar nicht physisch halten. Sondern damit nur Kausgeschäfte machen, sogenannte Swaps tätigen. Sie haben ein Gegenparteirisiko in diesem Fall. Ist die Pleitebank die Gegenpartei, kann der Fonds viel Geld verlieren. Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben und Sie Ihren Fall mit mir besprechen wollen. Strukturierte Produkte sind Schuldverschreibungen der Bank. Darum tragen Sie das Emittentenrisiko, weil die Bank Emittentin ist. Geht die Ausgabebank, die Emittentin oder die Garantin pleite, wie z.B. Liman Brothers während der Finanzkrise, droht der Totalverlust. Es gibt aber Schuldverschreibungen, die das Ausfallrisiko massiv senken. Wenn Sicherheiten hinterlegt sind, dann ist das Risiko niedriger. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nichts zur Unterschrift nötigen. Lassen Sie sich Zeit. Sagen Sie ruhig, Sie verstehen etwas nicht. Das ist keine Schande. Einige meiner Klienten haben unterschrieben, weil sie nicht zugeben wollten, das Produkt nicht verstanden zu haben. Das sollten Sie nicht tun. Schämen Sie sich nicht, dem Banker zu sagen, dass Sie alles nochmals eine Nacht überschlafen wollen und mit jemandem besprechen wollen. Dafür muss er Verständnis haben. Wenn jemand Sie unter Zeitdruck setzt und Sie zur Unterschrift drängt, dann ist das eh der falsche Berater. So einen Berater müssen Sie einfach fortjagen. Das ist kein Berater. Er muss Verständnis haben. Er muss sicherstellen, dass Sie alles verstehen. Meine Reichen und Superreichen Kunden geben gerne Geld aus für Berater. Wissen Sie wieso? Weil Fehler viel teurer zu stehen kommen als Berater Honorare. Also, nehmen Sie Beratung in Anspruch. Aufpassen! Edelmetalle auf Metallkonten werden wie gewöhnliche Forderungen gegenüber der Bank behandelt. Sie zählen nicht zu den privilegierten Einlagen. Einen Schutz gibt es nicht. Anders schaut das Haus, falls Sie physisches Gold zum Beispiel bei Degussa einkaufen. Dort gehört das Gold Ihnen, wobei Degussa natürlich keine Bank ist. Auch im Konkursfall. Das Gold gehört immer Ihnen. Tipp! Wissen Sie, wir leben in schwierigen Zeiten. Viele Länder sind dermassen verschuldet, dass es einem übel wird. Verteilen Sie Ihr Kapital auf mehrere Institute auf, um das Risiko möglichst tief zu halten. Diversifizieren Sie. Machen Sie mehrere Bankkonten. Investieren Sie bis 30% Ihres Vermögens in Gold. Denn Gold verliert nie an Wert. Denn je besser man diversifiziert ist, desto ruhiger kann man schlafen. Das kann ich Ihnen garantieren. Wenn Sie Fragen haben, dann greifen Sie jetzt zum Telefon und rufen mich jetzt an. Ich bin bereit mit Ihnen, Ihr Problem zu besprechen und eine Lösung zu finden. Schämen Sie sich nicht, reich zu sein. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.